Plus Geschwindigkeit Ausweichen wie erstandent Entdeckung Ich glaube dann ist es fertig, aber du kannst hier ein paar Kürtesblatt kaufen Kaufen, kaufen Kannst du auch noch was kaufen Zack, war fertig Ich glaube das ist jetzt Endgegner Eingeschlagen Niemand wird hier erfahren, was hier unten mit euch passiert ist Nur dass ihr euer armselige Quest versagt habt Ostheim Oh, das hat Aua gemacht Das hat Aua gemacht Oh Aua Schade, hätte ja klappen können. Rüstung verringert. Das ist natürlich für einen Tank schlecht. Drittischer Treffer. Das ist doch gut. Das ist bitter. Noch ein Leben. Fokus ist weg. Schade. Und Lichtrache hat dem Boss ja geklatscht. Noch ein Leben. Da habe ich nicht drauf geachtet. Fokus ist weg. Scheiße. Der Höllenpilz. Ja, da war ja was. Das lohnt sich nicht mehr. Hätte ich früher machen sollen. Ding, jetzt bin ich dran und der Gegner ist weg. Stimmt. Der Höllenpilz. Der wäre schlau gewesen. Hätte ich meinen Bonus nicht verloren. Okay. Wer verdient die meisten EP? Nicht Drache. Probe des Lehrlings ausrüsten. Das ist natürlich richtig gut. Deaktivieren. Deaktivieren. So, rausgeschafft. Endlich mal was für den Markt. Ja. Oh, da ist der Chaos, Turm. Ich glaube, ich bin dran. Nichts, nur das hier. Das ist sicher. Ausruhen. Da gönnt sich erstmal jeder von denen was. Einmal ausruhen. Einfach mal alle heilen. Der Schrank, der darf ja schon mal weiterlaufen. Und zwar hier hin. Wir machen ja nachher denen noch ein bisschen kalt. Du musst ja noch einmal ausruhen. So, mag er auch. Kannst du dich irgendwie heilen? Das habe ich ja jetzt gemacht. Komm, die war magier. Angriff. Wie eine laufende Maschine, ja? Machst du jetzt erstmal den Magier kalt. Ah, nicht ganz. Wir hören, der Magier kommt nicht mehr dran. Alle auf den kleinen Magier. Und machen weg. Und weg ist er. Ja, würde ich mal sagen, würde ich, ne? Magischer Schaden. Ich wäre eigentlich was für... Aber dein Speer ist schon besser. Aber trotzdem sammeln ich den mal. Den sammeln wir mal. Ja, Kampf. Hör paar Vergeilen hier. Die machen aber der beschaden. Und weg mit dir. Und weg gemacht. Die wollen ja nicht nur mit Schaden anrichten, oder? So. Nein. Easing hat er nicht mehr. Keiner. Aber der Magier braucht das halt. Wartest du mal hier? Dann müssen wir noch ein paar Lebenspunkte. Na, gucken wir mal. Ist hier gerade noch eine Stadt in der Nähe, oder müssen wir gleich hier runter komplett? Dann scheint besser hier runter, ne? Aber wir haben Zeit. Das ist die Sache. Wir wollen aber erst mal Feuer rühren. Das ist die Sache. So, was gibt es denn da? Wir sind jetzt da mit Lichtdrache. Auf jeden Fall die Pfeife holen. Auf und ausrüsten, ne? Und du heizt dich dann auch. Das ist doch schön. Jetzt ist hier irgendwas noch interessantes. Oh ja. Neues Magierbuch. Auf jeden Fall was für Manfred. Du schillst sie einfach, damit wir nachher weiterlaufen können. Und derzeit heilst du dich halt. Ja, da musst du dir wohl was leihen, ne? Aber die Lichtdrache hat nix. Ach, Mann, oh. Du hast doch bestimmt was in den Inventar, oder? Reicht doch schon. Wunderbar, dann machen wir mehr Schaden. So, zurück. Wir haben gesagt, dass du dich hier heilst. Komm. Ruht der gruselige Geist von Sir. Hey, ho. Wirklich erstmal ein Speer. Aber der ist ausgeglichen. Was ist das? Schneewand. Perfekt 66 Prozent und Rüstung erhöht. Das ist interessant für Bosskämpfe. Ja. In drei Minuten dann früh laufen. Das ist nicht schlecht. Ist ausgeglichen. Das gibt's noch nicht. Aber Lichtdrecher regelt. Hahaha. So, weiter. Nein, kann ich schon mal laufen. Schwarze Quelle. Okay, das ist auch noch ein kleiner Dungeon. Schaffst du den grünen? Ja, klar. Schaff ich den. Nur, ich will die Leute hier ein bisschen positionieren, ne? Okay. ihn, damit er noch ein bisschen heilen kann. Und der Magier, der rennt rein. Komm. Feldshalk. Der war halt nicht so gut. Mehr Rüstung. Immer weniger Schade. Okay. Das war übel. geblockt und ausgeglichen, okay? Du mach mal den Treffer. Zack. Denn sie ist der erste weg. Die 90%ige Chance ist zu aktivieren. Wer ängstigt? Er ist weggerannt? Unser Tank ist weggerannt. Nutz mal den Geist raus hier. Dann gibt's doch nicht. Aber wir dürfen jetzt ein paar Mal angreifen. So ist das jetzt nicht. Wow, Schrank. Rett weg. Was ist denn jetzt los? Warum Standbild? Hallo? Wann ich schon sagen, mach jetzt nichts nödes Spiel. viel. Natürlich besser. Schrank rennt einfach weg. Die Leben ich schon verloren hab hier. Der hab ich auch grad gedacht. Plündern. Wow, hab ich doch für dich gekauft. Hab ich jetzt gerade gefunden. Ja. Markt. Probe ist leerlings. Ja, hab ich hier schon. Das war für mein Magier interessant. Boah, in der Welt so hab ich. Finste kann hier ja nicht mal bleiben, ne? So oder so in die Stadt. Und Schrank ist heute sehr langsam. Ich will auch ne neue Waffe, ja. Aber da war jetzt leider nichts für dich dabei. Ich hab ja nicht mal genug Geld, um ne neue Waffe zu holen, selbst wenn ich wollte. Stärke, ja. Das ist, äh, was für Schrank. Mh, zick. Ach, Gold. Schrank ist sehr langsam, ja. Kann ich nicht machen. Du musst chillen. Jetzt darfst du hier hin. Sammeln. Gold Multiplikator. Nicht. So, da war irgendwas zu Ihnen dabei. Okay. Wo ist der Helm? Ja, der hat ja noch gar kein Helm. Dienstes Gasthaus. Einmal in Ruhe schlafen. Ja, machen wir mal eben weg. Ich brauch den körperlichen Schaden. Musiker hier. Hier. Erste Rüstung erhöhen. Damit man nicht so viel Schaden kriegt. Immun und geschockt. Das hat den Ersten gut wegerauen. Das hat den Ersten gut wegerauen. Ich hab doch den anderen visiert. Warum? Langsam nach ganz hinten. Weg mit dir. Mir den Schädel. Wer hat den Schädel? Geh doch. Gut rein. Rüstung. Magierhut. Hab ich ihn schon. Können wir jetzt noch Traden?